Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Handschuhdown! Diesmal wieder mit Red Skyline und Mr Hype! Runde! Ich bin ja sicher zwei Fernkampf haben dabei! Das ist aber schön! Hm, die will ich nicht! Ich geh mal wieder! Wo ist sie denn? Da! Da rein! Das ist völlig falsche Rehnschung, aber dieser heiße Finger da! Ach, Mann! Ach, Mann! Das ist wohl zu schön im Wasser, ja! Das Wetter will ich nicht! Bisschen Regen ist ja okay! 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 Ich hab mal so ein paar Äste in Schrift! Mhm! Okay! Oh, Mann, ey! Oh! Sehe Buddy! Und- Oh, Mann! zum Glück ist er schon mal nicht hier das stimmt, da habe ich recht ich möchte die Kasse holen da gibt es ein Spectre, was jemand haben möchte ne da ist sie also falls jemand haben möchte Kasse oh, hier wird gefahren bei dem anderen okay okay oh mein Gott, da hat jemand geschossen, ne? wo findest du? Info ja, finde ich wo kam das? keine Ahnung hier ist einer willst du was? ich würde sagen, hinterm Pferd war gerade einer ja, ja ja, dahinter da sind wir gar nicht durch ob ich, 1003? ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja keine Ahnung wo der andere ist überall von einem Zaun ist der der Totes, oder? ne, ne der andere ok der Totes ist das da hinten das ist aber nicht so wie Feuer, wenn die Schuze haben das ist aber nicht so wie Feuer, wenn die Schuze haben der Trill in Feuer, ey nein warum muss denn das Wetter jetzt wieder wechseln? hier ist doch wieder nichts das nicht so wie Feuer ist hier wie dass das das auch bin keine ahnung warum man das erste kein hit war liegt da an der ecke ich weiß nicht ob sie den hier oben haben schießt schon mal keiner wo liegt denn die leiche der fischkuchen ist der andere noch da ich glaube auch ja haben wir mit dem säbel nicht mehr ran das ist doch nicht knappe ich steh hat der ohr einen kräg und gefalt und Mist oh Gott bumm bumm bumm? ja definitiv strom doch das ist doch zu ne dann werde ich ach ja stimmt warte mal ich bin ja naja hinterm turm bleib doch mal da sitzen du arsch oder stehen weg ja schön was geben ich mitbekommen dass ich rüber gerannt bin das ist komisch da sind Geldsäckchen drin da sind Geldsäckchen drin wenns dann geil ach guck mal der hat auch die schöne sparks als noch jemand so rumlaufen wie er möchte wie ich bei regen ne ne das macht das schon gut so das können wir den Heilungen brauchen jetzt geht du looten hast du dir verdient ne achso ja die andere schon am rennen oder ne hat halt nur einer gehoben ne das geht dazu ja 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 so auf und ja ich ver hab du du w du 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 Okay. 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 Da oben war einer. Da oben war einer. Okay. Auch hinter uns, ne? Kommt da auch was? Ja. Glaube ich. Was hörst du bei den Regen? Ich glaube, also entweder eine Falle ausgelöst oder irgendwie sowas. Ein komischer, dummer Ton. Mhm. Kann man natürlich auch mit der Richtung getan haben, ne? Ab. Ist doch eher hier, ne? Mhm. Ist doch eher hier, ne? Ich hab einen. Du bist doch gleich im Traum, ne? Okay. Hinter uns. Ja. Ja. Der ist weg. Ja. Oh, äh. Die beiden sind noch hier drin, ne? Die anderen meine ich. Mhm. Ja. Das wird sich besser, ne? Ja. Das ist was? Haben sie ja alle. Ja. Ja, das wird sich besser als ich frag's. Okay. Ja. Ja. Einer hat ja aufgenommen. Genau. Einer hat ja hinterher noch aufgenommen, genau. Ohne Schießerei. Ja, die bewegen sich. Wo schießt ihr? Das hab ich nicht. Ich seh. Ich seh nix. War auf jeden Fall auf mich. Okay. Ja. Was leiten die überhaupt alle? Ja, aber ne, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mehr oder weniger. Haha. Ich werde halt mit zum stürmen, ne? Da müssen wir sie werfen. Das hab ich wiederum noch. Also bei Bedarf gibt's nachher hier drüben ein Ölpännchen. Wo ist denn hier? Ja, da drüben. Ja, da drüben. Ja, da drüben. Rauteil da. Ja, da drüben. Okay. Komm auch mal näher. Okay. Ja, da drüben. Ja. Ja. Ja, da drüben. Ja, da drüben. Ja. Ja. Okay. da hat ein Nobel, wie willst du das eigentlich an den Koffer was huckst du eigentlich vor? ich hole eine Kür rein tja ich kann ja nicht mal hier vor das Fenster rennen, ach du doch ja, sehr schön war nur so schlecht zu sehen warte ich werfe noch was rein das ging aber nicht ja, ich dachte es ging nicht so weit rein brennt der oh Gott, dann schrotzt er weg 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 das hat mich überzeugt, ich geh nicht rein das hat mich überzeugt hehehe einer draußen draußen? ja na klar, das ist für mich das ist schon mal ab rein ja, das war's, sind nur die beiden sind nur die beiden ja, ich hab nur zwei gesehen liegen denn nur zwei oder jetzt zwei ja, ja clear? ja, clear sehr schön ich renne da einfach rein, ohne auf Fallen zu achten ja, was haben wir hier denn noch? jede Menge Stacheldraht haben wir hier mhm ich guck mal vor, ich sag mal fehlt mir nichts also wir sind auf jeden Fall jetzt ja 3 Teams raus könnten jetzt natürlich nur Solos unterwegs sein ich hab jetzt keinen gesehen ich hab jetzt keinen gesehen ja, 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 ja gut, von auf zum Ölkännchen wo war das? da drinnen da drinnen, unten drinnen also wirklich drinnen also da wo immer also wo meistens ja drinnen oder draußen, ne? mhm nein oben ist nix und draußen ist nix da war's nie bei, der Typ mhm da drinnen liegt er noch ah, guck an was hat dir was schönes dabei? scheiß Crack, also hm das was kann man braucht ich hab's trotzdem liegen lassen, ey ich bleib erstmal bei der Sparks ich will ja auch die Sparks glöppeln wobei alle kills die fahren leider mit der Mosin die Geräusche da drüben an den Enten, oder? in die Richtung ja ja ok ist Rottmauer da? ne ne da war glaube ich nicht da ne schon haben wir gar nicht geguckt also ich hab nicht gesehen also nichts gesehen ne ja auch ne da gibt's auch keinen Hinweis da fall, da gehen wieder Fische drinnen soo gehen wir da nochmal durch gehen wir da nochmal durch, wa? da noch ein dicker ist vielleicht da noch ein dicker ist vielleicht viel geprunkter viel geprunkter mhm Scriptures das clinic ist weg blutarm das ». Du thought du bist weg? flutarm mal freundlich Geht, Räckchen? Nee, einfach den Punkten Ja, aber wir sind's doller Dann hab ich nur drei doller Na, schön Nichts Jetzt hätte ich mal ein Spiel, wo ich nicht mal getroffen wurde Du sagst mir, es passiert nichts Welche Malz soll ich auch fangen? Ja, ich hab mir überhaupt keine Chance Man legt das Ding langsam nach Ja, ich hab mir überhaupt keine Chance 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 Ja, ich hab mir überhaupt keine Chance